So und damit Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Equipment Skies mit Antti Hallo! Da sterben ist HALDO! Ich hätte gerade erfolgreich die E-Tabo-Nominikan hergestellt, um sich eine Holzrüstung zu machen Ist das etwas gegen Holzrüstung? Ja Ich hätte nur gesagt was wir gemacht haben, mehr nicht Jetzt ist die Frage, wollen wir lieber ein Leben mehr nehmen oder noch ein Walkback? Mein Leben mehr Wenn ich wüsste, was das eigentlich bringt, das Leben mehr, wie man das aktiviert Ähm, das isst man einfach Ich habe auch mehr Kannst nicht essen Ne, nur volle Herzen Das heißt, es kriegt doch nur eine Person Nein, öffne mal das Quest-Book jetzt Und geh mal auf die Seite, wo Nach der Stadtseite die Seite da Ja, natürlich oben rechts lives, da hast du auch 17 jetzt stehen, oder? Ja Guck Wollten wir 16 Hab das Herz gefressen, jetzt haben wir da 17 stehen Das heißt, wir können jetzt einmal mehr sterben als vorher Weil wir die 16 Achso, als unsere Leben sind begrenzt Na, unsere, wie oft wir respawnen können Das ist, das ist verbunden Also, das heißt, wenn ich jetzt 10 mal sterbe, kannst du nur noch 7 mal sterben Und was ist, wenn wir unseren Pool an Leben erschöpfen? Was? Was ist, wenn wir den Pool erschöpfen an Leben, den wir haben? Na, wenn die leer sind Und wir haben keine mehr Dann werden wir Wahrscheinlich ist es so, dass manchmal uns aber dann gebannt wird Automatisch Das ist ja voll Billo Ich hab gedacht, dass wir vielleicht ein Herz mehr bekommen, weißt? Ja, warum? Wenn du jetzt keine mehr hast, dann wo solltest du es hernehmen? Voll Billo Bill-Bong Billo 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 So, jetzt erst einmal Arcane Thain Ja, den brauch ich natürlich Oh, das möchte ich auch was schönes Das war Quäbbel, Sand und Clay Also, Clay ist aufwendigst, schonmal Und ja, ich hab mich eben hingestellt, das kannst du gar nicht bezeugen, ich hab mich aber eine Stunde hingestellt gefühlt Handy gespielt und hab einfach den abbauen lassen Wir haben jetzt, wie viele Tiers haben wir? Fast 10 Stück, oder? Oh ja, und so, bei einer 1% Chance, ja Ja, wir haben mehr Tiers als Eisen Was? Oh ja, wir haben eine Note in einem 11 Diers Ja, Eisenbachen und 7 Diers Okay Dieses Item hier ist ultra wichtig, was ihr in der Hand habt Das wird nämlich die einzigste Quelle sein, aus der wir Bestimmte Gegenstände beziehen können, oder besser gesagt Energien Fuck Äh, das musst du mal gucken, wenn du eine Goggeln hast, ich werde mit dir diesen über all diese Knoten machen Äh, aber ich mach jetzt für den Anfang, weil die Weiß ich und ist dann da, deswegen, die ist wichtig Jetzt heißt es hochbauen Und? Alexa, ich teile einen Timer von 15 Minuten Ich hab Clostorn bekommen Färbt er in allen möglichen Farben Oh, nice Also, das zeigen wir, weil ich am Spawn verbaut habe, sowas in der Art Übrigens, guck mal hier, guck mal nach links Da ist dieses Plattform-Ding, was ich da gebaut habe für den Farmer Da zieht er mal ne Fackel hier, weil da sind das Spinner gespawnt Nicht, dass da Creeper spawnen Wo? Ich sehe dich nicht Ja, da links, da wo die Spinner gerade zurecht Ah, ich hab grad keine Kiste Fuck, ja Die untere linke Kiste von unserem Mini-Lager da ist nämlich hier dritten Okay Ich hab' immer schön ausgleichen, weil Keyboard zerfetzen alles Ich hab' immer noch auf dem machen Ich hab' immer noch einen Schuss Wäh' immer noch eine Kiste Ich hab' immer noch einen Schuss Das ist super, ich habe einen Fehler gemacht, fuck, naja. Nein! Was passiert? Ich bin aus der Welt gefallen. Wie ich genau an der Kante gelaufen habe, habe ich letztens für mich runtergefallen. Und wir haben ein Leben verstandelt. Nice. Wir hatten doch eher eins mehr gehabt dadurch. Ich habe nur noch 16 Leben, aber das klingt ja weiter mit verbunden. Die Frage ist, kann man sich die craften oder sind die jetzt permanent niedriger? Die 16, die wir hatten, haben wir jetzt immer noch. Und die 17, die wir gerade bekommen haben durch die Abschlüsse der Quest, haben wir jetzt halt auch nicht mehr. Die Frage ist, ob man die Herzen irgendwie herstellen kann. Weil wir nicht verbrauchen... Ja, du kriegst, es gibt, ich habe das zumindest gesehen schon, es gibt Quests, die kannst du mehrmals, einmal am Tag machen ungefähr. Oder in bestimmten Stunden mittlerweile mehrfach. Da kann man die rausbekommen und dann einfach aus dem Vorderherz machst du eine Halbe, aus zwei Halben machst du ein ganzes. Okay, 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 okay. Okay, das ist gut. Das ist nicht so gut. Das ist wiederum geil. Hast du alle Fackeln auch in deinem Meta? Ich habe nur 4 Min unter, ich habe keine rausgenommen, ich habe gecraftet. Achso, Leute, ich habe mich dabei. Oh. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 aber keiner richtig was sagt doch schreibt er wir haben wahrscheinlich schon ein netter potter wir haben uns ein herz mit farmcraft verdient wir haben uns ein herz mit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020